Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei Dust Analyse in Tail. Ja, wir nähern uns wohl dem Finale. Also wir sind im Demaland Becken auf der letzten Karte und wie man sehen kann sind wir kurz vor dem Ziel. Also, dann wollen wir mal gucken. Okay, überall sind alle tot. Und da ist Gaius endlich. Not only alive, but leading the very creatures we've been charged to destroy. You've been charged to destroy, not me. What happened to you, Cassius? Cassius? Do you not remember your own name? What have those damned moonbloods done to you? What did you call me? Cassius, that's who you are. Don't listen to him! You're Jinn now! Ups, that was too fast. You remember now, don't you? Together nothing stood in our way. We shaped this world together. And together we can finish what we started. You ordered the deaths of countless people. Countless moonbloods, moonblood sympathizers. Anyone that stood in your way. Yes, and you carried them out. Lower your blade, old friend. First we destroy these moonbloods once and for all. Then I can help rid you of these fantasies that have spoiled your mind. Dust, listen to me. Cassius was my name. That doesn't matter. It's all that matters. All those people I killed, fidgets. How could I possibly redeem myself in a mere few days? You cannot dust. This was never about redeeming Cassius. But then, you are not Cassius. But I share his form. His very soul. That doesn't matter! Why do you keep saying that? Because you're not just Cassius. Jinn didn't kill those people. Jinn saved Aurora and Mudpot Village. Jinn stopped Fuse, saved Lady Tethys. And now he's the only thing standing against General Gaius! Cassius would destroy the moonbloods. But Jinn? He would protect them. No, fidgets. You're wrong. Jinn didn't do any of those things. Then you've finally come to your senses. Jinn is dead. As is Cassius. Their souls now live within me. Constantly reliving that fateful day. Forever in battle. Forever at odds. But as long as I live, I still have a choice. Then what are you? I am Justice Incarnate. Brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge it of your foul presence. I am Dust. And your campaign ends here, now. Throw down your weapons and surrender. Or you will face an enemy unlike any this world has ever seen. Cassius, please don't do this. You know you cannot win. Let's end this. Okay, Endkampf. Nach einer tollen Zwischensequenz. Und wir können Gaius einfach so auf den Boden klopfen. Wenn er hoch springt. So, seine beiden Kameraden haben wir schon mal ausgeschalten. Aber der Kampf ist ein bisschen zu einfach, finde ich. Äh, komm her. Genau. So, genau. Da kommt sicherlich noch was. So. Okay, er läuft davon. Okay, das war's garantiert noch nicht. Jetzt rennt er weg. Wir sind nicht mehr Cassius, wirf noch. Stopp calling me Cassius! There was a time when you stood by my side. We were allies once. Not anymore, General. I'm not your ally. And I'm not your friend. Now raise your blade or drop it. You never could scare me either, Cassius. Very well. To the death. Okay, zweite Runde. Boah. Jetzt muss der komische Kugel blitzen. Und es regnet. Achso, das war einer von diesen Gliedern. Okay, Fidget ist verstummt. Äh, Mondblüter. Jetzt kriegen wir Unterstützung. Aber ich glaube nicht, dass die was bringt. Ah. Okay. Er ist nicht so einfach. Obwohl es geht eigentlich. Aber wir müssen aufpassen auf seine komische Geschosse da. Wie er da macht. Nächste Partie zu Ende. Und er ist nicht so, dass du nicht erinnerst, Cassius? Warum schleifst du deine Kugel gegen deine Schwestern? Warum schleifst du deine Kugel gegen mich? Du bist zuerst der Welt, Gaius. Du und deine Schwestern können nicht weitergehen. your campaign this world belongs to the strong cassius it belongs to us don't you remember your duty don't you remember your friends okay dritte phase da kriegst du bombe ab jetzt können wir schon mit bomben bombardieren aber so genau also wenn geist nicht bald ein paar neue tricks lernt da dürfte es nicht so lang mit dem hin sein genau wenn wir ihn immer so rundenfrüchte ins gesicht schmeißen so noch mal etwas zum heilen einwerfen so nächste phase okay es geht tief runter okay schreit fehler weg hier okay er wird weitere formen dann wollen wir mal schnell zu ihm rüber okay wir können schon mal nicht unterschubsen in die lava die wird da nämlich definitiv sein genau genau er kann nämlich immer wieder da hoch rüpfen nur wir müssen aufpassen dass wir nicht da runterfallen so und noch eine phase nein das war es jetzt entkültig ouch okay 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 geil schreit uns hinterher während wir wahrscheinlich von ihm weg nein wir kriegen zu ihm ja wir kommen ja schon hinter uns steigt die lava immer mehr oh nur noch Cassius yes i am Ja, du bist. Aber Cassius ist weg. Wie ist die Welt, die wir damals liebten. Lass es. Ja, du bist. Da, ich sehe ihn. Dust? Dust? Thank you. Get out. Go. Not without you. Come on, Dust. Get off. We did everything right, Dust. Everything we were supposed to do. And sometimes that's not enough, Fidget. When the life threat calls. Fidget, thank you. Goodbye, Dust. Dice. No. Dice. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und hier sehen wir wohl im Abspann in ziemlich schön gehaltenen Zeichnungen Nochmal den Schluss, was danach so passiert ist Nochmal einige bekannte Figuren Fidget, wie sie Dust und Ara folgt Ja, nun zu meinem Fazit zu dem Spiel Das Spiel war einfach wow Einfach wow Also eine unglaubliche Story Hatte es vom Anfang bis zum Schluss Auch wenn sie teilweise etwas verwirrend war Aber sie war genial Es gab Momente, da musste ich wirklich lachen Zum Beispiel bei der Fidget Puppe Oder auf Weinen Als Bopos Vater gestorben ist Zum Beispiel Aber im Endeffekt War das unglaublich Also mir hat das Spiel echt Spaß gemacht Und ich hoffe, ihr hattet euch euren Spaß beim Zuschauen Ja, in diesem Sinne Sage ich nochmal Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns dann bei meinen anderen Projekten Jetzt wird erst einmal Drakensang am Fluss der Zeit zu Ende gebracht Und dann sehen wir weiter Die Abspannmusik ist auch sehr schön Deswegen lasse ich das jetzt noch ablaufen Bevor ich mich ganz verabschiede Und dann sehen wir uns dann bei meinen anderen Projekten So, wieder im Hauptmenü Also dann Tschüss meine lieben Zuschauer Bis zum nächsten Let's Play